Weltraumfakt Nummer 5 Wir wissen ja, dass es in unserem Sonnensystem acht Planeten gibt. Aber wusstet ihr auch, dass es noch viele andere Planeten im Universum gibt? Sie werden extrasolare Planeten oder kurz Exoplaneten genannt, weil sie sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden. Das Extra steht hier für außerhalb und das Solar für unser Sonnensystem. Einer von ihnen führt die Bezeichnung K2-131b und das ist eine glühend heiße Supererde. Eine Supererde ist ein Planet, der aus Gas, Gestein oder einer Kombination aus beidem besteht. Sie sind zwischen zwei und zehnmal so groß wie unsere Erde. Aber K2-131b hat gar nichts mit unserer Erde gemeinsam. Er umrundet seine Sonne innerhalb von nur neun Stunden und seine Oberfläche ist heiß genug, um Metall zu verdampfen. Es hat also zumindest momentan niemand vor, zu diesem lebensfeindlichen Planeten zu reisen. Dieser Weltraumfakt wurde dir gesendet von mir, IMO. Ich bin ein, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020